Musik Ich nehme Sie mit auf eine Reise. Es wird etwas enger werden wie hier auf dieser Fähre. Stellen Sie sich so ein langes, großes Wohnmobil vor. Wir werden ein kleines Team sein. Eigentlich dürfte ich nicht alle mitnehmen. Okay, ich mache heute eine Ausnahme. Wir werden Monate unterwegs sein. Es gibt kein Aussteigen. Das Essen könnte besser sein. Okay, ich kann es schon an Ihren Gesichtern ablesen. Fasten, genau, wäre eine Möglichkeit. Über Monate hinweg wird es ein bisschen schwierig. Aber ich merke schon, Sie sind nicht so richtig begeistert. Das wird zu Stress führen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was könnte uns dabei helfen, bei so einer langen Reise, bei solch einer Mission. Wenn man nicht gleich auf Ideen kommt, dann kann man sich überlegen, man könnte ja mal so Filme anschauen von George Lucas. Der hat in seinen Star-Wars-Filmen, gibt es einen mechanischen Freund, so einen Weltraumfreund, der den Luke Skywalker unterstützt. Okay. Also, Sie kennen ihn alle, das ist der bekannte R2-D2. Man kann sagen, ein richtiger Superbody. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Roboter, eigentlich ein Rechner, weil er fest eingebaut ist, aus dem Film Moon. Und er unterstützt seinen ganz einsamen Astronauten auf einer Mondstation. Oder hier mal ein Roboter, der per Anhalter durch die Galaxis unterwegs ist. Oder, wenn wir zurückgehen, schon 1925 hat Fritz Lang in seinem legendären Film Metropolis einen menschenähnlichen Roboter entwickelt. So, aber wer kennt diesen Roboter? Ah, bitte. Das ist Captain Future, perfekt. Der Roboter heißt Simon. Und Simon unterstützt den Captain Future und sein Team auf all seinen Abenteuern. Und wenn wir genau hinschauen, dann hat er so eine Glaskuppel und dieser Glaskuppel, da ist so ein Gehirn. Also schon eine erste Vision von einer künstlichen Intelligenz, kann man sagen. Und genau diese Frage, die wir uns eingangs gestellt haben, was kann uns auf so einer langen Mission unterstützen? Was könnte uns helfen? Genau diese Frage hatte sich ein Entwicklungsteam von dem Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus am Bodensee gestellt. Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik hat mit Mitteln das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Auftrag gegeben. Und innerhalb von zwei Jahren hat dieses Entwicklungsteam einen Roboter kreiert, der Alexander Gerst auf der Raumstation unterstützen soll. Und sie haben diesen Roboter Simon genannt, in Erinnerung eben an Captain Future beziehungsweise an den Roboter. Und Simon heißt aber hier Crew Interactive Mobile Companion. Das beschreibt auch so die Aufgabe von Simon. Das heißt, er ist ein mobiler Kumpel, Assistent von den Astronauten und er soll sie bei den Routineaufgaben unterstützen. Aber schauen wir uns den Simon mal genau an. Ja, seine Grundform ist eine Kugel. Aber beginnen wir. Denn die Kugelform ist die Form, die die besten Flugeigenschaften bietet für ein Objekt, welches sich in alle Richtungen bewegt. Außerdem bietet die Kugelform die beste Sicherheit für die menschlichen Kollegen auf der Raumstation. Denn Simon ist das einzige Objekt, das auf der Raumstation frei herumfliegen darf. Deshalb darf Simon keine scharfen Kanten und Ecken haben. Und zudem strahlt diese Grundform Harmonie aus. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil diese internationalen Raumstationen voll gestoppt sind mit Technik. Da hat es Bildschirme, da hat es Versuchsaufbauten, Kabel und Tastaturen und so weiter. Und nur ein sehr reduziert gestalteter Roboter wirkt entsprechend ruhig und strahlt die notwendige Harmonie aus. Simon dürfte natürlich auch nicht zu groß werden, denn auf den engen Räumen der ISS würde er dann doch sehr übermächtig wirken. Auf der anderen Seite benötigt man bei einem solch hochtechnischen Produkt natürlich auch entsprechend Volumen, um die ganzen Batterien und Rechner und Bildschirm und so weiter unterzubringen. Und final konnte der Durchmesser von Simon auf 32 cm reduziert werden. Das entspricht ungefähr dem eines Fußballs. Simon bewegt sich mittels 24 Propeller, die sich im Inneren befinden und über Schläuche oder beziehungsweise Röhren sind diese Propeller bis zur Kugeloberfläche verbunden und an der Kugeloberfläche gibt es natürlich Öffnungen und damit kein Stift oder kein Finger in diese Öffnungen hineingeht, wurden diese Öffnungen mit einem Gitter abgedeckt, mit einer Wabenstruktur und die verläuft zum Rand hin sanfter aus, damit der Gesamteindruck beziehungsweise das Design, das elegante Design noch unterstrichen wird. Wenden wir uns der Schnittstelle zu zwischen Astronaut und zwischen Robotern, dem sogenannten Interaction Design. Und das Interaction Design, das orientiert sich an den zwei Hauptaufgaben, der grundsätzlichen Akzeptanz und der bestmöglichsten Kommunikation. Um die grundsätzliche Akzeptanz möglichst zu optimieren oder herzustellen, wurde die Größe des Gesichts von Simon dem eines durchschnittlichen Menschen angeglichen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie sieht eigentlich das Gesicht von Simon aus? Und bei solchen Designaufgaben oder Design Fragestellungen benutze ich sehr oft eine Methode, nämlich das Ausloten zwischen zwei Extremen. Das heißt, wir könnten auf der einen Seite ein sehr reduziertes Gesicht darstellen, also vielleicht aus Linien und zwei Punkten, und auf der anderen Seite ein fotorealistisches. Schauen wir uns diese zwei Extreme mal an. Auf der einen Seite ein Smiley und auf der anderen Seite fotorealistisch. Und diese zwei Extremvarianten können wir natürlich und müssen natürlich auch analysieren und bewerten. Und bei dieser Analyse und Bewertung hilft uns ein Forschungsergebnis und das nennt sich Uncanny Valley oder Unheimliches Tal oder auch Akzeptanzlücke bei der Interaktion zwischen Menschen und künstlichen Figuren, in unserem Fall ein Roboter. Schauen wir uns das an. Auf der Waagerechten haben Sie die Menschenähnlichkeit dargestellt. Auf der linken Seite eben 0% überhaupt nicht menschenähnlich und auf der anderen Seite 100%, das heißt, das ist vom Menschen eigentlich nicht mehr unterscheidbar. Auf der Senkrechten haben Sie die Vertrautheit, das schlägt dann nach unten in Ablehnung gegenüber. Und wie Sie jetzt auf der linken Seite sehen können, versprüht der Industrieroboter natürlich nicht sehr viel Vertrautheit, er ist natürlich auch nicht sehr menschenähnlich. Man könnte ja eigentlich meinen, diese gestrichelte Linie steigt jetzt kontinuierlich an, aber wir sehen, in den letzten 20% sackt diese Vertrautheit ab und schlägt den Ablehnungen über, weil die Menschen dann, wenn der Roboter dann sehr menschenähnlich wird, das nicht mehr unterscheiden können und reagieren dann eher ablehnend. Das heißt, übertragen auf unser Projekt, weder das sehr abstrakte, also wenig menschenähnliche, noch das menschenähnliche Konzept, können wir weiterverfolgen. Also müssen wir uns mal die Zwischenlösungen anschauen und hier zwei Zwischenlösungen dargestellt. Und wie Sie erkennen können, führt dann diese Lösung mit einem sehr reduzierten Gesicht auf der einen Seite, weil es nur gleich dicke Linien sind, aber wie Sie erkennen können, die Proportionen von Augenbrauen, Augen, Nase und Mund sind genau dem eines durchschnittlichen Gesichtes nachempfunden. Naja, also wenn wir das jetzt haben, ist ja schon mal ganz gut, aber da stellt sich schon die nächste Frage. Ja, die nächste Frage ist, ist Simon männlich oder weiblich? Ja, genau, aber wir haben uns entschieden für neutral und gemeinsam mit Ralf Christi, haben wir dann diese Variante nochmal weiter ausgearbeitet und dann werden natürlich als im nächsten Schritt Animationen erstellt. Also das Gesicht von seinem bewegt sich und dann kommt wieder eine Frage auf, wir brauchen eine Stimme und auch diese Stimme muss natürlich neutral sein. Und in Zusammenarbeit mit IBM haben wir dann eine neutrale Stimme ausgesucht, auch mit Alexander Gerst abgestimmt und wer schon mal an seinem Navigationsgerät die Stimme verändert hat, der weiß, das ist gar nicht so einfach, eine passende Stimme zu finden. Ja, die Basis für die sprachgesteuerte künstliche Intelligenz ist die IBM Watson Technologie. Das heißt, Simon kann natürlich Gesichter erkennen, er reagiert auf Sprachbefehle, er kann Fragen stellen, er kann Antworten geben, er kann durch wissenschaftliche Versuche führen und das ganz Spannende, er kann permanent dazulernen, also er lernt permanent dazu. Das heißt, Simon wird in Zukunft sogar Emotionen an Bord der Raumstation erkennen können. Das heißt, er wird erkennen können, ob jemand glücklich ist, ob jemand als Niedergeschlagen ist oder motiviert oder demotiviert. Und das nicht anhand des Tonfalls, sondern anhand linguistischer Aspekte. Das heißt, in welcher Reihenfolge Worte gesprochen werden und welche Worte er benutzt. Und daraus kann ganz direkt auf den Gemütszustand geschlossen werden und Simon kann natürlich dann auf diesen Gemütszustand eingehen. Und diese Mission jetzt auf der ISS ist natürlich nicht das Letzte oder das Ende, sondern das ist eigentlich der Beginn. Das heißt, wenn sich Simon bewährt, dann kann er Teil der sehr viel längeren Deep Space Missionen sein. Simon ist vor einigen Wochen mit einer SpaceX-Rakete auf die ISS gebracht worden. Er ist aber noch eingepackt und in den nächsten Wochen wird er ausgepackt und wird dann auf der ISS schweben, wird dort die Astronauten bei ihren Tätigkeiten unterstützen. Mit Simon haben alle Beteiligten Weltraumgeschichte geschrieben. Sie haben mit viel Engagement eine Vision realisiert und bis in den Weltraum gebracht. Ja, entwickeln Sie auch Ihre Visionen und wenn Sie fest daran glauben und hart daran arbeiten, dann kann sie Realität werden. Vielen Dank. Vielen Dank.